Es lief. So Jan, jetzt läuft's. Soll ich was sagen? Auf Dreck kam Baureihe. Geht das Licht aus. Geht das Licht aus? Oder nicht? Oder nicht. Ja. Wir haben so viele gute Zuschriften bekommen. Das stimmt. Insgesamt haben fast 4.500 Hits die Videos erreicht sozusagen. Also fast jedes Video im Schnitt 500 Mal angeguckt worden. Nach ein paar Wochen ist das ein guter Erfolg, würde ich sagen. Wir haben uns auf jeden Fall gefreut. Ja, und wir werden wohl irgendwann im Frühjahr, wenn wir nochmal Zeit haben, vor allem Norbert, ich habe mehr Zeit als Norbert, treffen wir uns nochmal und werden nochmal ein paar Kleinigkeiten zeigen, aber nicht alles, was gewünscht ist. Weil manches ist selbsterklärend, aber wir werden höchstwahrscheinlich nochmal zeigen, wie man Ruder austrennt, Federn im Leitwerk einbaut und ein gerades Höhenleitwerk an den Flieger anbaut. Genau. Und wir machen das so, dass wenn wir Zeit haben, setzen wir uns zusammen und stellen die dann eine loser Folge ein, die Videos. Kein Zeitplan. Also es wird nicht so eingetaktet kommen, wie beim ersten Mal. So, nun haben wir uns gedacht auf Norbert's Anregung. Wir haben ja dieses schöne Leitwerk hier gebaut. Und haben gedacht, dass wir das unter den Mitlesern, Kommentatoren verlosen. Ich habe noch einen Seitenruder dazu gepackt. Wollen wir da zwei Verlosungen raus machen? Wir machen einen Satz. Echt? Klar, wir machen einen Satz. Das gehört ja zusammen. Ich kann ja nicht einen Oranges schicken und andere in die Lande ist, das geht ja nicht. Ein Leitwerksatz. Ein Leitwerksatz. Wird verlust unter den insgesamt 47 Kommentatoren, glaube ich, bei YouTube und bei RC Network. Genau. So, und das machen wir. Da haben wir hier mal, das weiß natürlich keiner, wer was ist. Okay, ich habe den Rechner geholt mit der Liste der Kommentatoren von YouTube und RC Network. Da sind die Namen der Kommentatoren durchnummeriert. Wir ziehen jetzt zwei Ziffern. Zwei Ziffern. Ich die hohe Ziffer, also wenn wir die Zahl 14 jetzt auslosen würden, würde ich jetzt die 1 ziehen aus dem Bereich der Zettel, den meine Tochter für mich vorbereitet hat. Ich nehme die 4. Die 4. Und dann nehme ich. Irgendwas im 40er Bereich wird es werden. Und Jan nimmt die 4. 44. 44 ist Olli 1968. Ja, Olli. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Wir gratulieren hier. Ein Leitwerksatz. Ich bin F3K-Flieger von Jan Henning gebaut. Besser kann es nicht gehen, glaube ich, vor Weihnachten. Gut. Achso, wir wünschen frohe Festtage und eine erfolgreiche Saison. Ja, das schreiben wir nicht mehr, sagen wir. Genau. Also ein frohes Fest von uns. Schöne Wintersaison. Danke, Jan. Danke, Norbert. Bis demnächst.